Das war eine Medienkritik, das habe ich gemacht. Ein klassisches Editorial, es ist irgendwie so Schimpfe über irgendwie jemand blickt, der sich da irgendwie daneben benimmt und so ein Einzelfall von einem Eritreer in einer kleinen Stadt in Ara über eine Woche hinaus auswalzt und so weiter. Statt das einfach runterzutippen auf 2000 Zeichen, haben wir das eigentlich in sieben oder acht Plakataushängen von wie Blick das irgendwie macht, irgendwie erzählt und so. Und dann erzählen sie eine wahnsinnige, dann erzielen sie auch eine Erreichbarkeit. Die Leute sagen, ah genau, so ist es, Blick, so nicht. Sie erzielen eine sehr qualifizierte Mediendebatte. Also sie haben dann 400, 500 wirklich sehr gut qualifizierte Kommentare und sie bekommen wirklich einen Meinungsbildungsprozess, der den Namen eigentlich auch verdient. Aber es ist nicht ganz einfach. Aber eben, die Frage ist immer, sind sie noch ein Medium mit einer Community oder sind sie schon eine Community mit einem Medium? Und ich habe hier auch noch einfach kurz aufgezeigt, wie bei Watson die Leute wirklich, wie die einen angefangen haben zu tragen. Ein Beispiel ist hier, das ist ein bisschen so eine Nonsens-Geschichte, ist Pickdump. Das ist so ein Format, das wir erfunden haben. Steht einfach Lustiges aus dem Internet. Da hat es aber irgendwie sehr schnell eine Community gegeben, die die ganze Zeit selber dann irgendwelche GIFs etc. dazu geschickt hat und so. Und irgendwann mal gab es dazu, da haben sich die Leute immer darum gebalgt, wer als erstes einen Kommentar da draufschreiben konnte und so. Und irgendwann mal kam die Frage auf, heisst es der Otto oder die Otten? Völlig blöde Frage. Aber wir haben das aufgenommen und Lina Selman, das ist die Autorin, die ist wirklich ein Star geworden, ein normaler Pickdump, irgendwie nach 10 Minuten 1,3 tausend Shares, 50 Kommentare. Die Leute irgendwie geben ihr Gefallen laufend Kund und so weiter. Und dann kam die Frage, wie heisst es eigentlich, der Otto oder die Otten? Dann haben wir gesagt, ja, wir können ja in den Zoo, wer will denn mit in den Zoo kommen? Dann wollten ungefähr 80 Leute, 100 Leute zwei Wochen spät in den Zoo kommen. Dann haben wir gesagt, okay, wenn ihr in den Zoo kommt, dann machen wir am Abend noch eine Pickdump, also hier sind sie in den Zoo und am Abend machen wir eine Pickdump-Party. Und an dieser Party musste man nach 500 Leuten eigentlich sagen, okay, jetzt ist es zu, keiner kann mehr rein. Und jeder, der kam, musste aber die App runterladen. Das war bei der Lancierungsphase von Watson. Aber das sind alles totale Fans, die diese Lina wirklich unterstützten mit Sachen, die sie sehen. Das sind Contributors geworden und so weiter. Und das ist so etwas, das ist sehr ausbaufähig. Das ist eigentlich eine kleine Sache, aber es zeigt im Grunde genommen, wie aus diesem Zusammenspiel von dem einzelnen Redaktor, wenn er das geschickt macht, mit der Community wieder wirklich sehr viel an Inhalt entstehen kann, an Markentreue und dann sind wir wieder bei Seele und auch bei Heimat. Und die ganze Etablierung von Watson war so ausgelegt, dass wir dann den Leuten irgendwie, die haben Mützen bekommen, Filzstifte zum alles rumschmieren und so weiter. So sind die dann auf 20 Minuten Kästen losgegangen und so. Und eigentlich die ganze Traffic-Entwicklung von Watson getragen von der jungen Community war eigentlich sehr gut. Und jetzt inzwischen sind es etwa 200.000 Unique Clients pro Tag aus einem Produkt, das erst vor zweieinhalb Jahren lanciert worden ist. Also so, wo alle dachten, ohne Print kann man doch keine Marke bilden. Und die Marke Watson, das habe ich hier noch irgendwie mit, das war ungefähr vor zwei oder sowas Monaten, kam Watson, wird als die achtstärkste und glaubwürdigste Medienmarke in der Schweiz wahrgenommen. Also da treten sie dann gegen Radio, SRF, NZZ, NZZ-Tagesanzeige und so weiter. Eigentlich ein enorm hoher Wert für wirklich ein so neues Produkt, das eigentlich die Affinität von manchen Leuten dem Produkt gegenüber auch zeigt. Ich will aber nicht verheimlichen, dass ich bin da bei Watson irgendwie gegangen im April. Also das hat ein bisschen damit zu tun, ich war Geschäftsführer und Chefredaktor und der Investor wollte, dass sein Sohn der neue Geschäftsführer wird. Ich wollte das eigentlich nicht. Und ich wollte vor allem nicht in dieser ganzen Konzernstruktur landen, weil Watson war bewusst auf der grünen Wiese organisiert und so. Und das ist ein bisschen unglücklich, obwohl ich bin wirklich dem Investor eigentlich überhaupt nicht. Böse. Aber ein paar Sachen wären eigentlich noch angestanden. Wir wären wirklich sehr gerne nach Deutschland, Österreich gekommen, nur schon im deutschsprachigen Bereich. Und das Wichtigste wäre für mich gewesen, der nächste Schritt wäre gewesen, den CMS-Zugang. Wir haben eine ganz eigene CMS-Lösung gebaut, den der gesamten Community zur Verfügung zu stellen. So ein bisschen wie Medium.com, sodass wir noch viel mehr Inhalte hätten und die Leute das noch mehr nutzen können. Eine Sache von den Erwerbsmodellen, um das geht es ja hier eigentlich auch. Teufelszeug, Native Ads. Diese Geschichte vorhin, diese Umfrage bescheinigt Watson eine enorme Glaubwürdigkeit, obwohl wir Native Ads gemacht haben. Und ich glaube, da lohnt es sich auch im Grunde genommen, das wirklich klar zu sehen. Weil erstens mal, die User heutzutage, die haben eine wesentlich höhere Medienprofessionalität als noch früher, wo Reichspropagandaminister irgendwie die Leute gerade ins Unheil reden könnten und so weiter. Also ich glaube, da ist das viel mehr möglich, solange sie sich um absolute Transparenz bemühen. Das ist wirklich der Schritt. Ich habe immer so ein bisschen diese Aufzeichnung. In der Zeitung ist links die Werbung und rechts die Redaktion gewesen. Mit Native Ads haben sie vielleicht Werbeangebote, die aber eine inhaltliche Qualität erreichen können. Durchaus von mir ist keine Ahnung, ist eigentlich egal, wer das Wetter macht, solange es stimmt. Und sie haben die redaktionellen Beiträge. Die Linie ist nicht mehr vielleicht so gerade, vielleicht ist sie ein bisschen krumm. Aber das Wichtige ist, sie darf nie schraffiert sein, wirklich nie. Sie dürfen nicht, ich rede hier überhaupt nicht für Publireportagen oder irgendwelche so billige Mogelpackungen, sondern es ist durchaus möglich, dass man mit Partnern zusammen Inhalte ermöglicht, die man sich selber vielleicht gar nicht leisten könnte oder würde, wenn die Partner verstehen, dass es um die Glaubwürdigkeit des Medienprodukts geht. Das ist ein schmaler Grat. Und ich glaube, hier ist eine große Chance für Journalisten, weil nur die können eigentlich diesen schmalen Grat gehen. Alles, was ihre Glaubwürdigkeit zunichte macht, können sie nicht bezahlen. Da arbeiten sie die langfristige Zukunft ihres Produkts ab. Aber es gibt durchaus auch inzwischen kommerzielle Seiten und Produkte, die Interesse haben, glaubwürdige Inhalte herzustellen. Die müssen sie einfach finden und mit denen müssen sie zusammenarbeiten und formen. Ich habe hier so ein bisschen ein Beispiel mitgenommen, wo das zum Beispiel meiner Meinung nach geglückt ist und wo nicht. Und das ist diese ganze... In Deutschland war es ja ein ziemlicher Skandal bei Thomas Gottschalk, dass der immer um ein Auto herumgelaufen ist, gesagt hat, das hat vier Räder und ein tolles Lenkrad und vier Türen und so weiter, eineinhalb Minuten und irgendwie über seinen Bruder hat er hinten durch Geld kassiert und so. Da hat man gerufen, Skandal. Natürlich ist das ein Skandal, weil es ist vollkommen intransparent. Das gleiche Auto steht oder stand bei Stefan Raab in irgendwie WOC-WM, Arschbomben-WM, whatever-WM. Und die laufen auch eineinhalb Minuten rum und es steht aber Dauerwerbesendung drüber und niemand regt sich auf. Zurecht regt sich niemand auf, weil es verfälscht ja das Resultat nicht. Es gewinnt nicht plötzlich die ganze Zeit das Audi-Team oder irgendetwas, oder was auch immer das Auto wäre und so. Und ein bisschen ist das das, was auch Red Bull zum Beispiel macht, die ermöglichen Events oder Inhalte. Aber es ist wirklich ein schmaler Grad, aber einfach nur pauschal das Verteufeln. Ich glaube, da macht man es sich oft zu einfach. Aber eine Sache noch, ich habe irgendwie hier Wurzeln gezeigt, wie wir weitergekommen sind mit der ganzen Marke und so weiter, der Verbreitung. Das hat sehr viel auch mit den Möglichkeiten über Social Media zu tun, vor allem auch mit Facebook und so weiter. Aber die Möglichkeiten sind sehr beschränkt, das muss ich wirklich sagen. Weil in den Zeiten, in den zweieinhalb Jahren, nur schon Watson, wo wir aus dem Nichts kamen und dann über Social Media hast du deine Inhalte zu den Leuten gebracht, was sehr wichtig ist. Weil mit jedem Inhalt kam ein Stück Watson als Botschaft mit und die ganze Markengeschichte. Aber in der Zeit hat einfach Facebook ungefähr 19 Mal irgendwelche Paradigmen geendet und so weiter. Und es ist wirklich so, ich habe hier ein Bild von einem Schnellzug genommen, das wäre halt einfach irgendein Medienprodukt, das man entwickeln will. Und im Hintergrund sehen Sie die Schienen. Das ist eine Partnerschaft, wenn Sie die mit Facebook eingehen, dass Sie mit jemandem, der alle drei Monate die Schienenbreite wechselt, und Sie wollen da irgendwie einen Bahnbetrieb aufrechterhalten. Das ist ein wirklich unzuverlässiger Partner, das ist ein grosses Problem. Außer Sie sind wirklich preferred bei Facebook dabei, wie BuzzFeed oder so etwas. Aber das ist schon eine sehr unglückliche Sache. Und es ist in den ganzen Debatten, wo wir jetzt hier über diese ganze Medienzukunft sprechen und so weiter, dass da die grossen amerikanischen Netzwerke wie Facebook nie am Tisch sitzen, ist eigentlich eine unglaubliche Geschichte. Aber trotzdem, jetzt komme ich hier zum zuversichtlichen Teil. Die Nachfrage nach Inhalt, diese Grafik, die ist zwei Tage alt als der Schweiz. Und Sie sehen hier ganz klar eine Entwicklung. Und Sie sehen irgendwie, das ist so eine linksliberale Wochenzeitung, NZZ Folio und so weiter, das sind die, die signifikant zugelegt haben. Die ganzen klassischen Tageszeitungen, NZZ etc., die sind weder dazu noch, die haben nicht gross zugelegt und nicht verloren. Und verloren haben alle die Trashteile. 20 Minuten Deutschschweiz im Zeitungsbereich, also die Gratiszeitung, Sonntagsblick, also Boulevard, Boulevard, Blick, minus 12,0% im letzten halben Jahr. Und Friday ist ein People-Magazin, das hier auch gratis in den Kästen liegt, jeden Freitag in der Schweiz, am meisten. Also die Leute futieren sich wirklich um den Trash. Und meiner Meinung nach ist das eine einzige Artikulation des Bedürfnisses nach orientierendem Inhalt. Also dass sie plötzlich sehen, wie die klassischen, dass Inhalte mit einer hohen Wertigkeit klar bevorzugt werden und angenommen werden. Jetzt ist die Frage, wie können sie das herstellen und so weiter. Und das ist ja der Qualitätsjournalismus. Wie kommen wir da weiter? Wir sind hier in dieser Situation, dieser ganz alten Welt, die klassischen Verlagshäuser, irgendwie so neue, die Auflagen sinken, sinken, sinken. Irgendwann gehen sie runter. Aber es werden irgendwelche neuen Sachen kommen und so weiter, die das durchaus ablösen werden. Unser Problem aus gesellschaftlicher Sicht ist im Grunde genommen diese Delle in der Mitte. Vielleicht geht es hier auch noch ein bisschen weiter hoch. Aber ich glaube, hier gibt es durchaus Chancen. Und das, die Größte sehe ich in den ganzen Geschichten, wenn ich mich selber anfange, diese Frage vorhin mit der Zahlungsbereitschaft vor einem, vor drei Jahren habe ich für nichts bezahlt. Inzwischen werde ich wirklich ans Bezahlen rangeführt. Ich finde die ganze Spiegel-Plus-Geschichte, da habe ich jetzt auch noch mit den Leuten gesprochen, die ist sehr ermutigend, also die sind sehr zufrieden über die Entwicklung, die Bereitschaft von den Leuten einfach zu sagen, okay, es ist auf meinem Handy, will ich das weiterlesen, kostet 39 Cents, Wumms drauf. Die Blende-Geschichte funktioniert relativ gut. Das ist aber immer noch, ich muss wahnsinnig kompliziert mein Zeugs hinterlegen. Aber wirklich hier der, und das ist, mich erinnert es ein bisschen an die ganze Geschichte bei 20 Minuten, diese Zahlungsbereitschaft mit Apple Pay, die wird enorm zulegen, weil wir bekommen plötzlich wirklich digitales Kleingeld in unsere Finger. Einmal draufdrücken, 19 Rappen oder was auch immer sie verlangen, ist einfach überwiesen. Und dahinter steht jetzt plötzlich wirklich die Möglichkeit von der Community zu sagen, ich will nicht hier nur sharen, sondern ich will den auch unterstützen. Der sagt genau das, was ich immer, eigentlich würde ich es genauso sagen. Das sollen meine Freunde wissen. Diese ganze, sich selber wieder mitbringen. Und das ist mit kleinen Beträgen, wo man die Leute anfängt zu unterstützen. Das wird einen enormen, einen enormen Wandel bringen, wenn sie auf dem Artikel selber eine Refinanzierung sicherstellen können, weil plötzlich müssen sie nicht mehr den im Silo halten, der Marke, sondern sie können den Inhalt vollkommen frei verteilen. Wer auch immer den sharen will, wer auch immer den einbinden will, wer den von mir aus auch drucken will, der kann das eigentlich tun, solange die Leute sagen, hier könnt ihr zahlen und diese Bereitschaft wird stark zunehmen. Ich habe es ein bisschen, ich war früher auch nochmal, bevor ich bei 20 Minuten oder bevor ich in den Medienbereich kam, ich hatte mal ein Plattenlabel in England. Mich erinnert die ganze Geschichte, es lohnt sich immer sehr stark, so ein bisschen Vergleiche zu ziehen zum Musikbusiness. Musikbusiness, CDs gibt es auch nicht mehr, der Markt ist vollkommen weg. Aber vor allem, was sich total gewandelt hat, ist die Stellung der Künstler zum Plattenlabel. Früher, über die ganzen Produktionskosten, die enorm teuer waren, ein Tag im Studio 1.000 Pfund, eine arme englische Band, haben sie drei Wochen ins Studio geschickt und nachher mussten die Verträge für die nächsten sieben Jahre unterschreiben. Also sie waren das Plattenlabel, sie waren aber auch der Eigentümer, letztendlich der Künstler und sämtlicher Inhalte. Und ein bisschen ist das unsere Verlagshau-Situation mit den Journalisten. Aber jetzt gehen ja die ganzen Kosten wahnsinnig runter. Sie brauchen nur noch für Marketing, also für Marke und letztendlich für ihre Redaktion brauchen sie Geld. Und wenn ich frage, ist die Musik heute schlechter geworden oder nicht, weil es kein Geschäftsmodell mehr gibt, muss ich sagen, nein, die Musik ist überhaupt nicht schlechter geworden. Es gibt auch gleich viele Künstler und so weiter. Wenn dann jemand sagt, ja, aber früher haben die Künstler alle gut gelebt, dann muss ich sagen, das habe ich so nicht beobachtet. Wir haben uns in England einen Einheitslohn von 100 Pfund die Woche ausbezahlt und galten sogar noch als relativ erfolgreich. Also das ist überhaupt nicht so. Manche, es ist wahrscheinlich weniger einfach geworden, super reich zu werden. Aber jemand, wenn Sie hier irgendwie Lady Gaga oder sowas anschauen, die leben im Grunde genommen aus der Interaktion mit der Community. Und sie machen das selber alle auch. Wenn Sie zum Beispiel sehen, weil ich gehe oft irgendwie an Konzerte, kleine Konzerte, ich habe nicht mal mehr einen CD-Player, ich kaufe manchmal trotzdem eine CD, nur schon um den Künstler zu unterstützen und so. Und am Schluss lege ich die dann irgendwo hin. Die leben von T-Shirts und von Live-Auftritten. Aber letztendlich eins zu eins bei ihrer Community von den Plattenlabeln und dieser ganzen komplizierten Geschichte leben die nicht mehr. Aber jeder kann heute eine Musik aufnehmen für ein paar hundert Euro oder so. Das ist überhaupt kein Problem mehr. Also das Angebot, das wird nicht kleiner werden. Und jetzt habe ich mal die Situation angeschaut, irgendwie so zusammenfasst. Wir haben neue Medienfunktionsweisen. Wir haben aber ein Bedürfnis nach glaubwürdigen Stimmen. Wir haben die alten Player, die sich um die Zukunft plagen, die sie aber eigentlich gar nicht mehr haben. Wir reagieren mit zentralistischem Denken statt dezentralen Funktionsweisen. Wir haben diese ganze Dezentralisierung, die gerade die Tradition, die analogen Modelle obsolet macht. Es gibt aber ein Bedürfnis nach Information, die Nachfrage wird direkt zum Angebot und umgekehrt finden. Und wir werden keine kleinen zentralen Taxi-Unternehmen mehr haben oder Regionalzeitungen und so weiter, sondern es findet alles auf letztendlich Plattformen statt, wo ich die Inhalte nehmen kann. Das Wichtigste finde ich, Moment, das ist eigentlich eine Verdopplung, wenn ich jetzt das, ein Medium der Zukunft bauen muss, also diese ganze Qualitätsjournalismus-Debatte ein bisschen versuche aufzunehmen, dann kann ich ja aber auch sagen, die Grenzkosten sind fast weg, Distribution und Druck waren die Kostenmauern des Verlagsgeschäfts, also die muss ich nicht mehr irgendwie beachten. Ich brauche eigentlich nur noch eine Plattform und vor allem ein Label, ein Einzelner, diese ganze Geschichte, ja ein einzelner Blogger kann einen Haufen Geld verdienen, das kriegen Sie vielleicht hin so ein bisschen mit den ganzen YouTubers und so weiter, aber letztendlich muss man Journalisten die Möglichkeit geben, einen Zusammenschluss zu machen und selber ein Qualitätslabel zu gründen, was eine Zeitung bis jetzt als eine Zeitungsmarke war, aber das sind dann irgendwie Labels, eher zum Beispiel ein Musiklabel, das eine Richtung vorgibt oder ganz sicher auch Qualitätsstandards definiert. Das sind so ein bisschen so die Möglichkeiten, aber die habe ich ja eigentlich auch. Ich nehme starke Stimmen und mache aus den Einzelstimmen einen Chor. Die Inhalte, die schließe ich nicht ein, wenn ich einfach auf dem separaten Inhalt eine Zahlungsaufforderung mitgeben kann, sondern irgendwie, ich schaue irgendwie, dass das alle teilen, so weit wie möglich. Ich nehme irgendwie jeden einzelnen Inhalt zur Unterstützung der Autoren. Ich baue einen Kostenrahmen und lasse mir den zum Beispiel durch öffentliches Interesse, Stiftungen oder durch die Crowd irgendwie so mindestens initial absichern, bis ich Geld verdiene. Werbung lasse ich eigentlich weg oder wenn schon im Sinne eines ermöglichen. Wenn ich das habe, dann würde ich mal eine Liste der 25 besten Schreiber, die mir jetzt in der Schweiz zum Beispiel in Sinn kommen nehmen. Ich baue die einfach zusammen. Ich suche ein Crowdfunding, das sind die Leute, die müssen eine Unterstützung haben. Ich suche eine Stiftung und die Kosten zwei Jahre, zweieinhalb Jahre lang kann man eigentlich durch die finanzieren. Es gibt dermaßen viele Interessenten, die inzwischen sagen, wir reden hier von zwei Millionen pro Jahr, ich würde jedem Autor 100.000 Franken, jetzt könnte ich wieder mit Franken und so weiter kommen, aber in der Schweiz ist das so, wenn ich die bekanntesten nehme, ich zahle den 100.000 Franken fix und von jedem Artikel, den die über diese ganze Aufforderung, Kleinstbeträge zu geben, machen wir irgendwie einen Splitt. 50% gehen ins Label, 50% gehen an den Autor oder die Autorin. Irgendwo ein Deckel drauf, sagen wir mal bei 160.000 Franken ist dann auch genug verdient. Und das Wichtigste ist, der Inhalt steht absolut allen zur Verfügung, wenn sie, ich habe hier einfach mal, das ist alles ein Gedankenspiel, ich habe das hier Neue Zeitung Zürich genannt und dann habe ich hier ein Markenversprechen, die Marke mit Qualitätsverpflichtung, also das müsste man auch beachten, nebst der Macht der Autoren, ich stelle den Redaktoren die Redaktionstools zur Verfügung und die ganze Revenue Abrechnung, aber diese Marke wird mit jedem Inhalt mitgeliefert und mit jedem Inhalt wird mitgeliefert, statt gefällt mir es zu verteilen, drücke hier drauf, unterstützt den Inhalt mit lächerlichen 0,19 Franken und gut ist oder irgendeine Zahlungsmöglichkeit, diese ganze Micropayment Geschichte. Und wenn ich jetzt einen Artikel habe, der 10.000 oder 20.000 Mal geschert wurde und da macht dann nur irgendwie 10.000 Leute drücken auf diese 19 Rappen, was ich machen würde, sobald ich etwas schere und ich finde es gut, dann haben wir 1900 Franken pro Artikel zur Verfügung, einfach damit man ein bisschen eine Idee bekommt für die Größe der Sache. Das ganze Modell ist fiktiv, in der Schweiz wird das im Moment diskutiert, das ist mir noch wichtig zu sagen, von Konstantin Seid, das ist eigentlich der berühmteste Schweizer Redakteur, der vor zwei oder drei Tagen hat er seine Kündigung bei der Tameda bekannt gegeben. Also ich kenne den, ich weiss auch um was es bei ihrem Projekt gibt, das ist mein fiktives Projekt und das hat nichts mit ihrem zu tun, ich glaube aber einfach wahnsinnig stark, dass es ein Initial ist, dass sich sehr viele Redakteure gerade mit gutem Namen aufmachen und selber ihre Revenue Modelle anfangen zu entwickeln. Und die klassischen Verlagshäuser tun wirklich sehr gut dran, sich um diese Talente zu prügeln, weil die machen sich auf. Und wenn das in der Schweiz funktioniert, dann dauert es ja bestimmt nicht lange, dass es in Deutschland auch Nachahmer findet und so. Und der Name die neue NZZ, die neue ZZ, die neue Zeitung Zürich ist nicht ganz zufällig gewählt, weil ich glaube, es ist wirklich aus inhaltlicher Sicht, es ist Gründerzeit. Vielen Dank. Applaus Wir wissen ja, wir wissen ja, dass du seit April nicht mehr verworzen bist. Wann geht es los? Nein, es sind wirklich so Sachen, die ich mir jetzt überlege. Ich habe wirklich jetzt das Privileg, ich habe so ein paar Projekte, die ich mir genauer anschaue, aber erstens mal nach zwölf Jahren Online-Journalismus ganz vorneweg ist es sicher gut, eine Pause zu machen und sich auch so ein paar das Privileg zu haben, wirklich grundsätzliche Gedanken zu machen. Ich bin bei der Sache jetzt wirklich nicht dabei, aber ich glaube, da werden andere Sachen folgen und dann bin ich irgendwann wieder dabei. Wir merken uns dieses Datum, den Tag, was er gerade gesagt hat, wenn wir irgendwann mal in die Medien wiedersehen. Jetzt aber die Fragen an Hansi, bitte. Lutz, schönen guten Tag. Ich habe die NZZ und dazu die NZZ Online. Was will ich mehr? Das heißt, sie können mir die NZZ Online nicht durch ihren Qualitätsjournalismus ersetzen. Beim Spiegel bin ich bestens dabei. Ich habe den Spiegel, wenn ich will und wenn ich den Spiegel nicht als Paper will, dann gehe ich rein, ich habe den Artikel, muss ich meinen Artikel bezahlen, kostet zu viel wie der Spiegel, gehe ich in das Archiv, bezahle ich gar nichts mehr. Also es gibt zwei Modelle, die bereits da funktionieren. Andere Zeitungen haben sehr schlechte Modelle, da kann man sehr viel verbessern. Also die Zeit ist nichts, die Welt ist nichts, die Wirtschaftswoche ist nichts, in der Online-Angelegenheit. Aber was wollen Sie mit Ihrem Qualitätsjournalismus, in welches Feld wollen Sie, welche Audience wollen Sie erreichen gegenüber dem, was da ist? Also ich glaube, es ist letztendlich das Bedürfnis an Qualitätsjournalismus, das haben nicht nur ältere Semester wie wir, sondern das fängt auch an bei Jüngeren und so weiter. Die wollen sich an Debatten beteiligen und die wollen verlässliche Quellen. Jetzt ist irgendwie die NZZ hat natürlich auch eine Botschaft, die schwer zu vermitteln ist und das ist, wenn ihr das alles hier verstehen wollt, dann gibt es zuerst mal einen Haufen Arbeit und ich glaube, die NZZ tut sich wahnsinnig schwer damit, junge Leute in dem Sinne zu erreichen, die durchaus die inhaltlichen Ansprüche haben. Also die NZZ hat ein Problem mit dem Storytelling, meiner Meinung nach. Und wenn Sie die Inhalte aber so vermitteln, dass die genauso gehaltvoll, aber vielleicht ein bisschen vermittelbarer sind, dann erreichen Sie Leute. Ich glaube, es geht darum, junge Leute zu erreichen, die sich an Debatten wirklich beteiligen wollen und eine gewisse Kompetenz vermittelt bekommen. Ich glaube, da tut sich die NZZ relativ schwer, tut sich die Zeit meiner Meinung nach fast leichter. Ich bin nicht so skeptisch. Ich finde auch zum Beispiel, die Zeit ist ein sehr ermutigendes Beispiel, weil wie auch immer Sie es machen, die sind anders, die setzen konstant auf ihre Qualitätsgeschichten oder ihren Anspruch, biedern sich meiner Meinung nicht an und erreichen zum Beispiel gerade auch ein recht gutes Jugendpublikum, also durchaus. Aber die Frage, ich habe ja die NZZ schon, was wollen Sie noch mehr? Wenn Sie die NZZ haben, dann haben Sie schon mal was. Ich glaube, das darf man sich eigentlich auch nicht so fragen. Aber wir haben einen riesen Gap von Leuten, die jetzt 20, 30 sind und so weiter und irgendwann mal in andere Publikationen rein wollen und so weiter. Die werden das suchen und was finden die. Ob die die NZZ denn auch alle finden, habe ich so meine Zweifel. Aber ich glaube, da ist ein Feld, das zu bestellen ist. Vielen Dank, Lutz. Jetzt noch zwei Fragen machen wir noch mit Blick auf die Uhr. Da hat sich hinten jemand gemeldet. Bitte ganz hinten in der letzten Reihe bei dem blauen Licht. Kurze Namen bitte noch. Ja, hallo, ich bin der Florian. Mikropayment. 2017 sehe ich ein bisschen skeptisch. Zum einen haben wir da auf der einen Seite natürlich die ganzen Banken, die ihr eigenes Modell haben wollen. Wir haben es gerade in Deutschland gesehen. Ist voll in die Hose gegangen. Ob Apple Pay in Deutschland kommen wird, ist wieder so die andere Frage. Und ich glaube, das Hauptproblem auf der Verlagsseite ist, beziehungsweise auf denjenigen, die derzeit was machen. Mit Mikropayment ist, man gibt ja in gewisser Weise die Datenhaltung auf. Also quasi die ganze Analyse, wer liest das jetzt? Und das Ganze, das ist, glaube ich, der springende Punkt, wieso sich jetzt auch oder schon Verlage sehr, sehr schwer tun, damit auch Inhalte irgendwo anders zu posten. Und das ist vielleicht, glaube ich, eher für die etablierten Medien das Problem. Das sehe ich sehr ähnlich. Ich glaube auch, deshalb kann man durchaus, also irgendwie, ich glaube, die Wurzengeschichte hat gezeigt, es ist relativ einfach, mit Inhalten eine Marke aufzubauen, die Beachtung findet und auch irgendwie Glaubwürdigkeit und so weiter. Also die Marke ist ja eigentlich das Einzige, was zum Beispiel neue Zusammenschlüsse, irgendwie wo man sagt, kriegt man das hin, ja oder nein und so weiter. Und ich glaube auch, also ich glaube inzwischen fest daran, dass es einfacher ist, eine neue Marke aufzubauen, die zum Beispiel solche Qualitätsansprüche irgendwie anstrebt oder auch erfüllt, wenn man das aus den Autoren herausnimmt oder heraus kreiert, als jetzt irgendwie wieder so ein Dinosaurier, der, oh, die Datensicherheit und was machen wir jetzt hier und so weiter. Ich glaube einfach, dass die Agilität bei den Großen das nicht zulassen wird und dass man die Chance verpassen könnte. Nicht alle, aber ich glaube deshalb auch, irgendwie man fährt besser mit neuen Marken aufbauen. Und dass die Banken das hinbekommen mit den Micropayments, glaube ich auch nicht. Es wird direkt über die Devices kommen. Punkt. Apple wird das machen. Okay. Letzte Frage. Möglichkeit an den Hansi. Keine Frage mehr. Hansi, ich hätte noch eine Frage. und zwar als aktuell arbeitender Journalist, wenn wir die Debatten auch in den USA ansehen. Du hast vorhin gesagt, irgendwie sowas demagogisches oder so wie in unserer spärzesten Vergangenheit wird es so nicht mehr geben. Jetzt sehen wir aber genau das, dass also Leute, die im Grunde genommen wirklich fast als unwählbar galten, fast, fast, fast in den USA an die Macht kommen. erklärst du dir das von dem Hintergrund des Journalismus? Was ist hier passiert? Was ist hier falsch? Was ist da schief gelaufen? Ich glaube, dass aus der Möglichkeit des Dialogs, ja, dass viele, gerade auch Leute, die ein Mikrofon vor der Nase haben, im Grunde genommen die Möglichkeit nutzen, mal zu lügen, zu schauen, was ankommt und dann allenfalls zu dementieren oder zu präzisieren. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Kehrseite des sichtbaren Meinungsbildungsprozesses. Ich meine, ich finde schon nur schon eigentlich die Erfindung des Faktencheckers durchaus ehrenwert, ja, aber eigentlich ist es ein Zeichen, weil das heißt, man geht nicht mehr davon aus, dass Leute die Wahrheit sagen. Ich glaube, wir müssen anfangen damit umzugehen, aber ich glaube jetzt zum Beispiel diese ganze Trump-Geschichte und so weiter oder wenn wir nur noch Russia Today haben, die da irgendwie so zentral irgendwie anfangen, irgendwie so Propaganda zu betreiben, die nähren ganz stark das Bedürfnis nach überprüfbarer Qualität, absolute Transparenz und wirklich große Unabhängigkeit und ich glaube, da ist diese ganze Debatte in der Schweiz heißt es Service-Public-Debatte, was darf die öffentliche Hand und was nicht und so weiter. Also diese Delle, die wir im Moment haben, quasi klassischen Medien ziehen sich zurück, die neuen sind noch nicht da, wie füllen wir die? Da ist sicher eine Gefahr, aber irgendwie mit, sagen wir mal, in zwei, drei, vier Jahren, das ist eigentlich auch die Chance für welche neuen Gebilde sich zu etablieren und so weiter. Aber in diesem ganzen Durcheinander, in diesem Vakuum, da sind durchaus Gefahren. Ich glaube aber auch deshalb diese ganze Debatte, was dürfen die öffentlich-rechtlichen Medien, dürfen die ein reines Online-Angebot machen und so weiter. Da sage ich immer, also wenn, dieses ganze Debattenverständnis habe ich überhaupt nicht, wenn da immer wieder in diese Silos irgendwie was reingesteckt wird, die dürfen Radio und Fernsehen machen, aber Internet dürfen sie nicht, da muss ich immer fragen, ja okay, wem gehört eigentlich, wer macht eigentlich eine Tonbildschau, ist das Radio, ist das Film, was ist das? Also diese ganze Kategorisierung funktioniert nicht, aber ich glaube, aus diesem Durcheinander, diese eben solche, diese US-Präsidentenwahl etc., die nähren das Bedürfnis nach Qualitätsjournalismus enorm und Qualitätsjournalismus ist eben nicht nur NZZ, sondern es ist Leute mit hohem Qualitätsanspruch, vielleicht interessanter erzählt, auch zu erreichen, damit die eine Grundlage haben für ihre Debatte, die auch einer Überprüfung standhält und ich glaube, da ist die öffentliche Hand gefragt, da sind diverse Geschichten gefragt und ich glaube auch, dass die Leute anfangen, das wirklich zu unterstützen, wenn es die Wertigkeit erreicht. Wunderbar, du bist noch ein bisschen da, vielleicht zur Diskussion, herzlichen Dank, Hansi Vogt. Applaus